Hallo ihr Lieben, ich hatte jetzt gerade ein wundervolles Gespräch mit der lieben Roswitha. Wir haben über folgende Themen gesprochen, über die Herzkurskodierung, eine Art Zellumprogrammierung, wie du deine Zellen umprogrammierst zur Glück, Freude und Gesundheit und auch über die schamanische Heilarbeit und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.